Man sieht schon, dass jetzt Arsenal doch noch was tun möchte. Ich glaube, das hat dem Trainer doch nicht ganz so gut gefallen. Ui. Und da ist Gabriel Jesus und da ist das Tor! Eine Minute und 27 Sekunden hat er bei seinem Debüt gebraucht, um zu treffen. Der Neuzugang von Manchester City. Besser geht's nicht für ihn. Das war leider zu einfach. Das war zweimal ein Doppelpass, wenn man es jetzt sieht. Vielen Dank.